Ja, warte mal. Ich fang mal hier im Bef-Moll fang ich an. Dann geh ich so über Aftu und bin dann im Bef-Moll. Und steck ich mein Geld in meine Tasse, dann hab ich es nie mehr gesehen. Ich hab ein Loch in meinen Hörn und das kann man nicht mehr nehmen. Ich hab ein ganz großes Loch in meinen Hörn und das kann man nicht mehr nehmen. Und hab ich den Hackley, wer dir was versprochen macht, dann wird er davon wohl nicht sehen. Ich hab ein Job, auch mein Chef, der wollte mich nicht verstehen. Ich sollte immer nur mal loben, doch ich, ich will doch leben. Jetzt hat er noch in seiner Kasse und das kann man nicht mehr nehmen. Der Kies verschwand in meiner Tasche und er war nie mehr gesehen. Ich hab ne liebe, nette Frau, die wollte mich nicht verstehen. Sie wollen in Rheinhaus mit Garten, doch ich, ich will doch leben. Das hat sie noch in ihrem Herzen und das kann kein Arzt mehr nehmen. Leider gab es da noch Zeugen, Frau Schulz konnte ich das Wort verstehen. Und meine Mutti sagt zu mir, Junge, lüge mich nicht so an. Du hast doch mindestens 20 Jahre, die Polizei, die kam nie an. Die haben ein Loch in ihrem Gefängnis und das kann man nicht mehr nehmen. Sie haben gesagt, wenn sie dich kriegen, dann werd ich dich nie wieder sehen. Da ist ein Loch in meinem Leben und das kann man nicht mehr nehmen. Da ist ein Loch in meinem Leben und das kann man nicht mehr nehmen. Und darum rat ich euch zu schweigen. Das wird es euch wie meine Ex-Frau. Ex-Frau. Und meine Ex-Frau. Er geht. Das wird es euch wie meine Ex-Frau.